ARD Text im Auftrag von Funk Okay, wir nehmen Ihnen abflügeformte Frucht und werfen Sie Sachen an den Kopf. Mainly das Elektroball ganz hinten. Es kann doch nicht sein, dass ich nichts treffe. Da. Ich rette dich damit, sei mir dankbar. Oh, er überfahren. Ah, jetzt hätte ich's gruner. Aber eigentlich könnte ich doch. Yes. Nice. Schöne Kokonas. Ich habe die Macht, Sachen zu schmeißen. Ich werde diese Problematik nutzen. Aber ich kann doch bestimmt hier auch noch ein Carbador. Sachen zu Wasserwerfen kann Pokémon spawnen lassen. Ich weiß nicht, ob eben jedem Wasser aus Prinzip. Carbador haben wir die auch noch nicht gehabt. Dxt. Wir auf den Platz. Dxt. Dritt. Dxt. Dxt. Ich hab dich getroffen. Kommst du nach vorne? Ja. Ach ja, da war was. Aber das machen wir jetzt nicht! Außer wir treffen das da hinten so absolut nicht. Weil wir die nämlich verbinden mit so einem Apfel. Ah, können wir die fotografieren. Kommt. Dann findet man das neuste Gebiet. Das ist so ein Vulkan. Den mag ich am liebsten. Ein Vulkan find ich klasse. Man kann so einen ganzen... wo man das gegen einen auffetzen, den dann an der Kante. Ja. Wow. Oh ja, da muss ich gutes Publier von so einem Kuhn. Schönes Kaperon. Wenn das jetzt wirklich in der Mitte ist, friss ich einen Besen. Well done. Wieso ist das halt so? Es sind Füße in der Mitte, aber nicht von dem Zug an sich. Professor, ich brauch ne Brille. Weil wenn das ganze Pokémon das Bild ausfüllt, ist das automatisch in der Mitte. Wir haben ein Foto gemacht. Ist doch sehr nett, dass du warst nah dran. Ja, danke. Ich habe eins fotografiert. So viel, dass man ganz klein im Hintergrund erkennen kann. Wir haben einen neuen Weg gefunden. Yay. Vulkan. Was kam nach Vulkan? Ja. Den Fluss? Die Höhle? Es gab doch noch mehr. Und dann Regenbogen. Glaubst du noch die Fluss in die Höhle? Ich glaub schon. Na? Ich hab doch auch verpasst. Komm noch mehr. Blatt für Risse. Okay, mach halt kein schönes Bild von dem Galopper. Oh, Pex, komm her! Hier, Fuß! Fuß! Komm her! Ey, eben seinen Vater hier gar nicht so troffen. Funk. Von hinten bringt er halt nicht so viel. Ich muss die Schrift noch von vorne drücken. Wir können aber Vulkan so viel Streit anzetteln. Oh, mach mal. Weißt du, willst du es auch? Yes. Er ist schon nach hinten losgegangen. Ja, hier war das. Ich darf nur das Ei nicht zerstippern. Eigentlich ganz viel Kummer andersrum. Ruf deine Freunde! Komm her! Da hinten auch. Komm, ruf deine Freunde! Kommt alle hierher! Kommt alle hierher! Kommt alle zu mir! Kommt alle hierher! Alle zu mir! Kommt alle hierher! Kommt alle hierher! Kommt alle hierher! Kommt alle hierher! Kommt alle hierh! Oh, die sind ja auch einig! Kommt da! Ruf Nine! Ups! Nein! Ich wollte euch noch Üppel geben! Da, bitte! Bitte! Ich werfe euch alle erstens mal auf den Kopf, weil wir einen Daffnäpfel haben! Ah! Ich hab' vielleicht gezogen. Okay, der andere hat's nicht mitgekriegt. Die werden mir eh ein paar Mal kommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier auch krieg. Ohne Sache. Muss ich hier Äpfel reinwerfen oder waren's Rauchbälle? Okay, es waren keine Äpfel. Hier war echt eine fiese Timing-Geschichte, glaub ich. Sondern die, ob's um Apfel geht. Klavier-Roll und Rauchball. Oh, geht mein Apfel. Okay, es geht mein Apfel, ich hab nichts gesagt. He's not amused. Okay, ein bisschen. Ich hab ihn auch geschubst. Mit nem Apfel. Und mit nem Apfel verwiegen essen. Das hat was von Sekte. Das wär' ich ins Buch. Die Glumanda-Sekte. Ich hab's nicht gelesen. Ah, ich drück' zu schnell. Das andere sagt Warte. Oder hat er Great gesagt? Das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Es freut sich auch so wunderschön. Das sieht aus. Das ist scheiße. Ich weiß ja nicht. Das war aber hier in der Mitte. Komm, wie viel hat mein Glumanda? Ich find das Bild so geil. Wenn die Glumanda-Sekte ist. Ich find das super. Ich glaub, das ist super. Sag mal mal ein Bild an. Sag mal was. Die Glumanda-Sekte. Du warst nahe. Du warst nahe. Ja, aber das fucking Zubord war in der Mitte. Fick dich doch. Ich glaub, ich mag mich nicht. Der ähren mich. Du warst nahe. Sie haben ein Glurak. Das ist doch auch in der Mitte. Digi, du brauchst da neue Brille. Oder hast du irgendwie eine Grund-Einschwäche oder so? Oh, ich krieg' was Neues. Was hast du erzählen? Ich bin zurück. Wir kommen zurück. Ach, das Tal gibt's ja auch noch. Ja. River, Höhle und Tal. Und dann die Wolken. Die Hoffnung. Das als Ultraschland. Das war's gefallen. Am proto. ines gratuitivitatsen. Das ist ja auch toll. Also, etwas 반tv un Smithwerk. Das untertren spoke. Macht in einem Ziel. Die Auswärtige vor.